Willkommen zu einer Runde, TTT, wir haben ein Holzschwert, juhu, bekommen wir noch irgendwas geiles, da war noch ein Holzschwert, aber das brauchen wir halt nicht, ne, ja, TTT, weil ich für alles andere zu schlecht bin, noch ein Holzschwert, ein Pfeil, uh, was haben wir hier, das ist dann ein Eisenschwert, oder wie, dann ist die Schutzzeit vorbei, komm, ja, wir haben das Eisenschwert, ich bin ein Innocent, das ist schön, so, hier ist ein Detektor, ein Detektor, so, dann gehen wir auch mal in den Tester rein, so, jetzt sind wir getestet, jetzt können wir hier auch wieder raus, ne, Zaubervieh, warst du schon im Tester? Ja, einer von euch ist doch garantiert ein Traitor, ich hab seinen Namen nicht gesehen, aber wir rennen jetzt mal da oben hin, Plus 10 Karma, yeah, ich hab einen Traitor getötet, ja, dann infiziere dich doch, so, da, von wo, von wo, von wo, von wo, von da unten, und war das jetzt plus oder minus, lol, Gut, dann würde ich sagen, haben wir gewonnen, juhu, wir sehen uns in der nächsten Runde, so, ich hab übrigens einen neuen Skin, und zwar einen neuen alten Skin, äh, das ist ein bisschen kompliziert, es ist mein normaler Skin, Aber ich habe ihn für dieses Profil hier, also für Tricks Gaming YouTube neu, denn vorher hatte ich ihn immer nur in Tricks Gaming Normal drin, und das ist ja das Profil, wo wir Premium haben, genau, und deswegen hab, die stehen jetzt hier drin, da liebe Timo, den reingemacht, weil ich konnte den nicht reinmachen aus irgendeinem Grund, das war ganz komisch, mhm, jetzt haben wir unseren Skin überall drin, das ist schon ganz geil dann, Äh, frag mich nur nicht, was genau dieser Skin darstellen soll, das weiß ich nämlich selber nicht, so, ich bin Traitor, okay, äh, da war ein Detective und noch ein anderer Spieler, da gehe ich jetzt mal lieber nicht so hin, ich halte mich mal lieber hier fern von allem, und schau mal, was ich hier hinten so machen kann, so, hier ist ein Typi, so, no aim, So, mich hat jetzt aber niemand gesehen, oder? Nee. Äh, den haben wir getötet, da hinten ist einer, den müssen wir uns halt holen, ist das Problem, weil... Oh, wir haben schon gewonnen, was? Lustig, okay, dann sehen wir uns halt in der nächsten Runde. So, da sind wir in der nächsten Runde, äh, wir haben gerade als Traitor gewonnen, haben jetzt hier schon so ein Schwert, ich bräuchte halt noch ein, Äh, ein Bogen, ne, so ein Bogen wäre ganz, ganz geil, hier hinten ist nix. Ich hoffe mal, dass wir wieder Traitor werden, das wäre ganz cool, das wäre echt cool. So, äh, hier können wir uns auf jeden Fall schon mal das Eisenswert holen. Äh, das ist meins. So, das ist aber definitiv ein... Du auch? Ich habe einen Traitor getötet, und ich wurde von Music Monkey getötet, und vermutlich war der auch ein, äh, Innocent. Ach, die Innocents haben das Spiel schon gewonnen. Ja, und er war ein Traitor, yo. Ha, ha, lustig. So, jetzt sind wir in der nächsten und vermutlich auch letzten Runde für heute. Äh, ich hoffe mal, dass wir nochmal in irgendeiner Weise Traitor werden, das wäre schon ganz geil. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein, ein Steinschwert, das ist natürlich ganz geil. Zehn Sekunden haben wir noch übrig. Der scheint irgendwie AFK zu sein. Habit Raiter? Nein, wir werden Innocent, und das ist ein Detective. Lol. Pass auf, mein Freund, pass auf. Mach nix, Dummes oder Unüberlegtes. Du hast auch den da gerade getötet, garantiert, 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 garantiert. Und wenn du daneben standest, jawohl, haben wir beide getötet. Ha, 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 GG. Das war lustig. Das ging ja richtig schnell. Gut, würde ich sagen, lasst ein Like, damit es euch gefallen hat. Ihr könnt uns gerne abonnieren, schaut auch bei Timos Videos vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.